Hallo bei den Spielzeugtestern! Heute ist Nikolaus und Hanna hat gerade ihre Stiefel und Geschenke entdeckt. Die sind übrigens von den beiden Omas, von ihrer Tante und von uns natürlich. Deswegen ist das ein bisschen mehr. Das Erste, was ich direkt gesehen habe, sind franzene Ohrringe. Ja, weil Hanna ihre Katzenohrringe... Wann hast du die bekommen? Ich glaube vor zwei oder drei Jahren zu Weihnachten, ne? Die haben den Geist aufgegeben. Da im Hintergrund spielt jemand. Das sind einfach nur kleine Kreolen mit Glitzer dran. Ich habe hier doch noch eine süße Katze. Oh, Schuki! Da frage ich mich, ob du die überhaupt essen kannst oder ob wir die aufbewahren. Wir bewahren die auch. Ich kann nur nicht essen. Ich lege alles, was mir da aufnimmt. Fluffy kommt. Ich glaube, er weiß, dass da für ihn auch was drin sein könnte. Ja, Ron. Dann nimm mal das da oben raus, Schnucki. Da oben ist was Oranges. Ja. Wow! Wow, Fluffy! Wow! Das ist für mich, Mami! Ich höre es doch! Den anderen müssen wir, glaube ich, abschneiden, richtig. Ja, Ron guckt sich jetzt mal alles andere an. Ja, ja, komm mal mitspielen. Mein... Oh! Pass auf die O-Ringe auf und auf die Schokolade. Mach erst mal das Nächste. Ja. Da ist noch was drin. Ja. In dem anderen vielleicht auch. Mach ein Baby, Junge. Wieso, hast du einen Jungen? Ja. Was? Ich habe einen Jungen da hinten, aber... Was? Echt jetzt? Ja, aber das ist jetzt noch toller, weil ich jetzt zwei habe. Ich dachte, du hättest gar keinen. Du hast dir doch immer einen gewünscht. Ja, ich weiß. An einem Tag wollte ich mir Papa einkaufen und da... Nicht dein Ernst. Oh, nee. Ich habe gleich ein Mädchen zusammen noch. Ah, okay. Und jetzt habe ich nur einen Jungen an. Und ein Baby. Doink. Ja, ich lese auch noch was. Ist das? Was könnte das sein? Hey, meine Scheme. Ihr zerbombt mir hier gerade das ganze Video, Jaron. Und zwar, zeig mal. Das ist ein Lipgloss. Den machst du auf die Lippen und dann hinterher kommt der Glitter drauf. Aber das machen wir noch nicht jetzt. Können wir das gleich mal ausprobieren. Pinker Glitter. Ich habe jetzt den Glitzer-Lippenstipp drauf gemacht. Ja, man sieht es tatsächlich. Es funkelt und glitzert überall. Ich sehe einen Moos. Ich sehe einen Moos. Der ist so süß. Was hat er da? Fluffy. Guck mal. Ah, uuuh. Ja. Be, be, be. Was hat er da? Mami, ich spiele doch. Oh. Du küsst es mit Mama. Aber jetzt kannst du ihn nicht küssen, weil sonst hat er Glitzer überall. Mami, was hast du da? Hannah verwertet den Lippenglitzer. Nicht wundern über das Chaos. Wir hatten hier für die Katzen eine Höhle gebaut. Verwendet den Lippenglitzer hier gerade anderweitig. Es war nicht genug Glitzer in dem Schleim. Wann hattest du den drin eigentlich? War das gestern oder vorgestern? Vorgestern, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall wird der jetzt für den Schleim hier verwendet. Von mir aus. Zufrieden? Ja, jetzt glitzert er. Mega doll. Ich kann gar nicht so weit zurückgehen, wie ihr immer an mich rangerutscht kommt. Was hat er da jetzt entdeckt? Nein, nein, nein. Das ist Schokolade. Die gehört Mami. ABC. ABC-Kekse. Oreo. Rundlich was zum Naschen. So muss das sein, Nikolaus. Das kann ich mit Mama dann zeigen. Ja. Würdest du das machen, mit mir teilen? Ja. Das ist aber nett. Aber du magst ja auch, oder? Ja. Hey, hey. Hilfe. Funktioniert das? Kannst du damit was anheben? Warte. Nicht wirklich, ne? Nicht. Aber ich kann. Wenigstens noch was Leckeres drin. Ja, das stimmt. Ist noch was in der Tasche? Ja. Noch was? Ah, ich sehe schon. Lollis. Aber die kannst du essen. Ja. Stimmt's? Erstmal machen wir das kleine Gericht. Jetzt noch ein bisschen Schokolade. Nochmal Schokolade. Mega viel Schokolade. Mhm. Das ist ja schon fast wie Weihnachten. Ein Stiefel. Oh, süß. Guck mal, den können wir nächstes Jahr für die Katzen benutzen vielleicht. Ja, und dann tun wir da einfach Katzen. Ja, dann haben die ihren eigenen Stiefel. Ja, und da kommen all solche süßen Sachen. Ja, Spielzeug und Leckerlis. Und Freundschafts-Armbänder. Money. Money, money, money. 20. Wow. Bums. Das ist mal nicht viel. Das ist echt fast wie Weihnachten. Oh, was ist das? Socken? Oder was ist das? Nicht. Ah, sind das Masken? Ja, das sind Masken. Guck mal. Die eine Maske, die kann man sogar anmalen, eine. Was? Pack mal aus, bitte. Ich glaube, man kann sogar eine anmalen. Hoffentlich passen sie dir. Da musst du jetzt mit der Schere bei, tatsächlich. Da hinten kämpft jemand. Mit einem Geschenkband. Das ist Katz. Hallo. Bisschen groß. Vielleicht können wir die Bänder einfach enger machen. Warte. Ja, so geht's. Einigermaßen. Sitzt nicht richtig, aber niedlich. Und hier auch. Und Katze. Und so machst du Flummis. Und da wollten wir eben spontan die Flummis machen, aber... Oh no! Oh no! Oh no! Aber da soll man extra Zeitungspapier unterlegen und so ein Gedöns. Und deswegen, das machen wir dann in Ruhe nochmal, ne? Ja. Und Fluffy freut sich auch über sein Geschenk. Über euer Geschenk. Ich glaube, kann ich meine Wäschetrüge wieder haben? Nein, kann ich nicht. So, und Hanna ist mir gerade eine fleißige Hilfe hier, um Teig zu machen für Plätzchen. Jetzt den Teig noch ein bisschen kneten und dann kommt der in den Kühlschrank. Und dann müssen wir ein paar Stunden warten und naschen zwischendurch. Ganz wichtig. Und dann können wir loslegen, ne? Ja. Ich massiere ihn jetzt. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss!